Mahlzeit Nummer so, dieses Video muss ich extra erstellen, da ich das nicht zwischen den Zwischenzeiten einstellen könnte. Es wäre echt mal ultra. Nein, gar nicht. Okay Leute, mal eine wichtige Nachricht, die ich natürlich in diesem Video anhängen werde, wo Frankreich sagen tut, Maul halten. Mrs. Merkel, kümmern Sie sich lieber um die verarmte Bevölkerung, der Bundesrepublik oder besser, den ihren Staat oder was sie auch haben. Gut, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Lest einfach den Link nach. Rassenmäßig zur Verherrlichung oder zur Verpflichtung oder zur Zerstörung bin ich auf keinen Fall, das wisst ihr nun alle, da doch wir in den Sinne von uns allen den Weltfrieden und den Frieden für unsere Kinder auf Erden haben möchten. Okay, es gibt zwar natürlich ein paar Leute, die mich diskriminieren. Okay, ich habe auch eine gewisse Staatsbürgerschaft. Aber eine Staatsbürgerschaft hat nichts damit zu tun, was man für ein Mensch ist. Ein Mensch kann man nur so weit sein, wie man ein Mensch ist, wenn man die Menschenrechte beachtet und das gegenseitig geben und nehmen beachtet. Ich bedanke mich erstmal für heute und werde den Zusatz rein sitzen. Danke.